so da sind wir und weiter geht es hier mit allen ring das dlc haben das letzte mal einfach nur aufs maul bekommen und ich habe über gefallen daran gefunden und möchte gerne weiter aufs maul kriegen so was ist mit hier ach komm okay aber den ist der böse hund um schon war alles mit hier so der hat nichts gemacht ja da drüben war noch dieser fette gut ganz übel trotzdem will ich noch mal mit den kämpfen ist echt blöder kommen wir ja trost brauche ich auch jetzt bei den typen da komm raus lass uns draußen kämpfen ok 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 dann kämpft mal hier drin ja du mit deinem schild er hat mich gekillt ne ok aber ich hab den fast gehabt wie kann es fallen ok mit bloß schaden da kommen wir gut voran hier da muss echt mal wieder ein bisschen reinkommen ich will den haben was machen wir erstmal den sehr gut sehr gut ja macht schon ordentlich schaden ne der typ Sieht er mich denn, wenn ich mich ducke? Natürlich sieht er mich. Oh Mann, ey. Das ist noch so ein Köter. Kommen wir hier auch rein. Segen des Arms, am Ende findet ihr im Reich des Schatten überall und zumindest hier am Orten der Gnade und euren Segen zu verstärken. Segen des Schaden, darum steigt die Fähigkeit des Empfängers, fahren zu verursachen und zu widerstehen. Dann hat er außerhalb des Reiches keine Auswirkungen. Schließen bitte. Er schließt das nicht. Warum schließt er das nicht? Und Frank Mainz haben wir auch noch. Wie haben wir denn ausgetrickst? Was haben wir denn ausgetrickst? Puh. Alter. Was ist das für ein Schaden direkt? Ist das für ein Schaden direkt? Ja. Tschö. Alter, hauen die auch gut rein, ne? Okay, einer weniger, schwarzer Husshammer, cool. Gleiche plündern, alter, geil. Okay, haben wir den mal gelegt, ey. Ähm, äh, 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 äh. Ist der neue Hammer. ok da musst du noch 17 glaube haben aber nicht ihren glaube haben wir 11 140 körperlich schaden plus 67 bonus schaden wer weiß vielleicht gehen wir ja irgendwann mal glaube glaube ich aber nicht ok heute nichts alles so bei diesem lager machen wir das letzte mal das weiß ich noch, da hinten war da Wasserfall. Jetzt haben wir hier die ganze Ecke, ne? Oben war noch so ein Jude. Ja, waren wir auch schon das letzte Mal. Oh krass, echt. Okay, warte mal, dann haben wir jetzt diesen ganzen Abschnitt mal gemacht, ne? Das war die Kirche, hier geht's nicht weiter. Könnten wir eigentlich hier Richtung hier weiterziehen. Wenn wir jetzt hier oben kommen, guck mal. Und mit hier noch kämpfen, komm, ich nehm die noch mal mit hier. Die sind da am Schlafen. Soldatenbeinschutz. Siehst du, jetzt kann man die Rüstung von denen auch noch. Erstmal Soldatenaxt. Können wir die Sachen auch noch von denen holen, ne? Ist denn so dunkel hier, ist hier ja gar nichts. Hier gab es ja nichts mehr, ne? Gar nichts. Einfach nur diese drei Soldaten, okay. Na gut, alter. Dann haben wir dit und dit und dit. Hier war echt nichts mehr, ne? Nicht mal so ein Leuchtfeuer gab es hier. Ja. Okay, kann ich mal. Tja, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Jetzt haben wir diesen Bereich. Das war die Gnade. Ja, wir ziehen einfach so mal zurück ein bisschen, würde ich sagen. Äh, machen wir das so, ne? Ziehen wir mal durch die Landen. Durch das Schattenreich. Hier so in den Ecken war da gar nichts, ne? Mal kurz gucken. Hä? Was war das? Oh, da ist ein Wilder. Das ist ein Typ, ne? Oh, Logur. Der Bessin, die Bessin Klaue. Okay. Mal mit den Kämpfen. Ästchen Klaue. Mal gucken, was er so kann. Oh, das hat mein Pferd kaputt gemacht. Oh, okay. Wie du haltst, ich? Dann halte ich mich auch. Geh weg, weg. Ah, ich muss, ich war zu gierig. Nein, ich war zu gierig. Der ist so voll lieb. Ich war zu gierig, ne? Ja. Gier. Äh, wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Ach, ich direkt am Anfang wieder. Wo war der Typ denn jetzt? Da, wo die Seelen sind. Okay. Äh. Mal was so. Mal was so. Kann man denn auch so vom Pferd bekämpfen? Das ist schnell, ne? Okay, da haut das Pferd weg Alter, ist der übel Weg, weg, weg Was hältst du so vom Blueschaden? Okay, okay, okay Wir haben den, wir haben den Bestienklaue, cool, okay Bestienklaue Warte mal, ne, da wollte ich gar nicht hin Ich wollte eigentlich hier hin Das sind die Waffen Ah, cool, jetzt wird das immer so angezeigt Das ist die Bestienklaue Okay, 98 plus 50 Schaden Skaliert auf D, Stärke und Geschicklichkeit Löst Blutverlust aus Okay Die können wir tragen, ne? Die können wir eigentlich tragen Äh, warte Ähm, 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 ähm Ausrüstung So mal zum Testen halt Ähm Bisschenklaue Wie kosten Ähm, ähm, ähm Warte mal Ähm, 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 ähm Was soll die denn nur einmal? Nur läuft die andere Hand? Sein Schaus Kann sie nur hier oder hier ausrufen? Oder hier ausrufen? Okay, aber so toll ist sie jetzt auch nicht Die Waffe von Nahkampf Naja, egal Wir machen jetzt hier Das und das und das Und das hier weg hier Und gucken wir mal weiter Weiter und zwar Ziehen wir mal jetzt Richtung Norden Jetzt haben wir hier die Ecke Cool, jetzt haben wir den gefunden Den haben wir auch noch gemacht Da haben wir schon ein paar neue Waffen gefunden Ziehen wir mal hier Hier haben wir die Ecke würde ich sagen Mal gucken Der ist auch als Feind markiert War da schon da oben Was gibt es hier Blumpe Fleisch Das Map Design ist schon hart Das besteht ja aus mehreren Ebenen Das ist ja nicht so wie das Hauptspiel Guck mal wie das so unten aussieht Da ist das alles rot Dann wird das irgendwann mal blau Alter, was für ein Shit Was für ein Shit Da kommen wir bestimmt auch irgendwann mal hin Das sieht irgendwie schräg aus Da oben Genau das machen wir Das sind ja so mehrere Ebenen Das ist jetzt hier Der linke Bereich Da gucken wir jetzt hin Oben Das ist nicht so eine gerade Fläche Sondern alles ziemlich verwinkelt Was sind hier so Geräusche hier Oh nein Was mache ich denn Ich wollte eigentlich absteigen Guck mal wie weit tief Das da runter geht Direkt hier vorne Ist ja nicht so schlimm Dass wir gestorben sind So Ich steig mal richtig mal ab Wie tief das da runter geht Da geht es noch weiter runter Guck mal Ach du Scheiße Da geht es noch weiter Nicht nur hier Die Ebene wo der Typ steht Dann nochmal unten Und da ganz unten auch nochmal Das ist dann da oben Die nächste Ebene Das ist ja alles nur so Aus fette Ebenen Da kommt man jetzt von hier Jetzt nicht da rein Auf Dahin Guck mal hier den Esel Gaul Der Typ war auch hart Der ist bestimmt auch machbar Wir gehen jetzt erst mal nochmal ein bisschen gucken Das machen wir schon Irgendwann mal früh Oder später machen wir den Der Vogel Der Der Vogel Über meinen Kopf Der bewegt sich jetzt bestimmt Der wird bestimmt lebendig 100 pro Ich wusste das Echt Was kann der Der Todesvogel In klein Okay So viel Kann er nicht Kann nicht so viel Okay Schmiedestein Stufe 4 Bitte Eigentlich noch was Hier Das ist irgendwie So ein fettes Dorf Ne Der Typ Der hängt ja immer noch Da oben Ja Da gehen wir Einfach mal machen Der wird bestimmt Hier auch noch Lebendig Hier oben Ja Ja Komm mal runter Come on Okay Das ist nicht easy Die sind Die sind schon machbar Das ist ein Friedhof Hier oder was Das ist ein riesen Friedhof Die Drecksviecher hier Wo gehen wir jetzt zuerst hin Dann hat immer die Wahl Der Qual Oder die Qual Der Wahl Da würde ich auch gucken gehen Warte ich gucken kurz auf der Map Ich hab da Lass mal da zum Dorf Mal gucken Hier runter Der kommt hier bestimmt auch runter Oder Ja Ja Projekt aufheben bitte Spiele stand stufe 4 Okay, da sind die Juts Die gehen einfach nur so wandern hier, ne? Okay, da ist wieder dieser Werfer Ja, erledigt Was gibt's denn hier für eine Geschichte? Versegnete Ruinen Versegnet Lass mal erkunden Die beten da irgendwie jemanden an, ne? Überall diese Gestalt, ne? Krass Oben ist auf jeden Fall irgendwie so ein Item Werden die jetzt böse, wenn ich Ja, die werden böse, ne? Nehmen wir die kurz mal mit hier Reakte Mitgenommen Oh Das ist nur so ein Item Gibt man was geworfen? Schwerer gesprungener Topf Okay Ja, die kommen jetzt auch alle Ja, wir müssen Seelen sammeln Oh, von da oben Gell Ah, zu weit weg Ist ja easy so gesehen Und jetzt erstmal hier Überall um So Tücher, ne? Flüchte erstmal an der einsammeln Oh, des großen Herrschers Okay Äh, warte Ausrüstung Warte, das Handwerksrepertoire Okay Das ist gesloten Hier kommt man irgendwie da nicht hoch, ne? So An der anderen Seite Herzknoten Einfach so ein Herzknoten Mal drüben mal die Ecke gucken Kriecher Schaden Ja Oh, oh, was? Weg Kriecher Köter Lieber erstmal Platz Wo die gleich wach werden Ich will mich dann angreifen Was kann es die dir geben? Es ist ja so dunkel Ja, kommt der nächste Gibt es überhaupt gar nichts Uh, fette Feuerriese, ne? Ach komm Was? Kann doch nicht sein, dass er jetzt von da oben runtergefallen ist Ist auch noch was Kumpfingermedizin So, PvE-Geschichte, ne? Okay Okay Das war einfach hier so versteckt Um die Ecke So So Noch irgendwie hochkommen können Kommt man doch nicht hoch Oh, na doch Aber da ist nix Aber wir können sagen, wir waren schon mal hier oben Die Aussicht genießen Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Dann gehen wir hier mal Vorsichtig mal runter Vorsichtig mal hoch Ich glaube, da kommt man von hier, ne? Sag rüber Da liegt noch so ein Item Was ist denn hier? Eine Kiste Mit was drin? Klinge der Gnade Das ist ein Talisman, ne? Das ist ein Talisman Äh, warte Äh, Inventar Die ganzen Talisman-Sammlung Äh, 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 äh Erhöht die Angst auch nach jedem kritischen Treffer Der Gnade Ist auch nicht schlecht Klingel der Gnade Okay, ja cool, haben wir einen neuen Tilesman gefunden und Waffen neu, zwei Leute haben wir schon besiegt Warte hier Ist ja noch um die Ecke Rialien einsammeln, ist auch ein großes Tor noch Rialien Sagen wir springen einfach mal da runter Hier oben gibt es ja nichts mehr Bäm Ich hol uns hier das Item, was gibt es hier? Aschpils, naja Kann man mit dem Pferd hier hoch Oh 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 wieder springen weil der wild gewordene ok warum gibt es nichts hat mir schon gekriegt einer von den nationalen gekriegt da kann man irgendwie auch hoch nächste ebene ist das alles krass ich glaube wir haben jetzt ja alles oder irgendwas verpackt da oben haben wir noch nicht von hier geht es nicht da oben gewesen direkt unter uns und zwar dieses item wo kommt man denn dahin torm direkt hier von hier siehst du cool ja das brauchst du eigentlich nicht kannst du mal runter gehen schwarzer feuerfalter ein stück ich glaube hier gab es nur dieses item mehr ist ja nicht mehr ist ja nicht na gut dann haben wir diesen bereich ja auch noch sagt die map das ist ja noch ganz am anfang ne aber wir nehmen alles mit hier alles was geht da sind wir auch nicht gewesen also man kommt ja auch nicht dahin oder das ist ja auch noch mal von hier hin in diesem bereich keine ahnung wir gucken erstmal erstmal gibt es eine pause ich sage danke und es geht gleich weiter danke und bis gleich ciao 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 ciao